Musik Das kluge Mädchen aus den Bergen Es waren einmal zwei Brüder. Der eine war ein reicher Bauer. Er hatte keine Kinder und war sehr geizig. Der andere, ein armer Häusler, hatte eine einzige Tochter und war ein gutherziger Mensch. Als das Mädchen zwölf Jahre alt war, gab er sie als Gänsemarkt zu seinem Bruder. Zwei Jahre diente sie nur für die Kost. Dann wurde sie Kleinmarkt. Manka, arbeite treu und brav, sagte der Onkel zu ihr. Sobald du ausgedient hast, gebe ich dir anstelle des Lohns eine Kuh. Ich habe gerade ein vier Wochen altes Fersenkalb. Das sehe ich für dich auf. Sicherlich ist dir das lieber als Geld. Da habt ihr recht, erwiderte Manka. Und von diesem Augenblick an war sie wie ein Teufel hinter der Arbeit her und sorgte dafür, dass der Onkel keinen Kreuzer verlor. Aber der Onkel war ein Betrüger. Nachdem Manka drei Jahre fleißig und ohne zum Murren gedient hatte, wurde ihr alter Vater krank und sie musste nach Hause. Sie bat also um das Kalb, das schon eine ordentliche Kuh geworden war. Da machte der Onkel Winkelzüge, redete allerlei, sagte, er könne ihr nicht so viel geben und die Kuh habe ihr ihr gar nicht versprochen. Kurz, er wollte die arme Manka mit weniger Groschen abwenden. Aber die war nicht so dumm, dass sie das Geld genommen hätte, sondern sie erzählte dem Vater alles und beschwor ihn unter Tränen, zum Richter zu gehen und auf Herausgabe der Kuh zu klagen. Der Vater, der über seinen gewissenlosen Bruder aufgebracht war, ging auch ohne Zögern in die Stadt und brachte seine Klage hervor. Der Richter hörte ihn an und ließ den Bauern holen. Der wusste sehr wohl, dass er, wenn der Richter nicht ein Auge zudrückte, die Kuh herausgeben müsse. Deshalb trachtete er danach, ihn auf seine Seite zu ziehen. Der Richter war in großer Verlegenheit. Den Reichen wollte er nicht gegen sich aufbringen, doch der Arme hatte das Recht auf seiner Seite. Deshalb entschloss er sich zu einem schlauen Vorgehen. Er rief jeden allein zu sich und gab ihm ein Rätsel auf. Was ist das Schnellste, was das Süßeste und was das Reichste? Wer es herausbekäme, dem wolle er die Kuh zusprechen. Verdrossen gingen die Brüder nach Hause und überlegten auf dem ganzen Wege, was das wohl sein könnte, doch keiner fand die Lösung. Na, wie steht das? Fragte die Frau des reichen Bauern, als dieser nach Hause kam. Der Teufel soll die Gerichte holen. Jetzt sitze ich in der Patsche. Sagte der Bauer und warf seinen Otterfellmütze auf den Tisch. Warum, was ist geschehen? Hast du den Prozess verloren? Ach, was verloren? Bisher nicht, aber wahrscheinlich sehr bald. Der Richter hat mir ein Rätsel aufgegeben. Was ist das Schnellste, was das Süßeste und was das Reichste? Wenn ich es nicht errate, verliere ich die Kuh. So viel Geredo, mein Rätsel. Das kann ich doch lösen. Was gibt es Schnelleres als unseren schwarzen Spitz? Was Süßeres als unser Fass Honig? Was Reicheres als unsere Truhe voller Thaler? Gut, Frau, du hast es erraten. Die Kuh gehört uns. Beruhigte sich der Bauer und ließ sich schmecken, was seine Frau gekocht hatte. Auch der Häusler kam ganz traurig nach Hause, hängte seinen Hut an den Nagel und setzte sich an den Tisch. Nun, Vater, was habt ihr ausgerichtet? Fragte Manka. Ach, ausgerichtet. Das sind Herren, die halten unser Einiger nur zum Narren. Was war denn? Erzählt! Da berichtete der Vater, was ihm der Richter auferlegt hatte. Wenn es sonst nichts ist. Das Rätsel löse ich. Seid nur nicht traurig. Morgen früh sage ich euch die Antwort. Trotzdem tat der Häusler die ganze Nacht kein Auge zu. Am Morgen kam Manka in die Stube und sagte, wenn euch der Richter fragt, so antwortet, das Süßeste ist der Schlaf, das Schnellste das Auge und das Reichste die Erde, aus der alles hervorgeht. Aber das sage ich euch. Ihr dürft nicht verraten, von wem ihr das habt. Der Häusler ging also zum Richter und war gespannt, ob die Antwort richtig sein werde. Zuerst rief der Richter den Bauern zu sich und fragte ihn nach seiner Lösung. Nun, ich meine, erwiderte der Bauer, dass es nichts Schnelleres geben kann, als mein Spitz, der überall herumschnüffelt und alles auskundschaftet. Nichts Süßeres, als mein Fass Honig, das schon vier Jahre liegt, und nichts Reicheres, als meine Truhe voller Thaler. Mein lieber Bauer, sagte der Richter und zuckte die Schultern. Das wäre mir nicht gefallen, aber ich will hören, welche Lösung dein Bruder hat. Euer Gnaden, ich meine, das Schnellste ist das Auge, das im Nu alles überblickt. Das Süßeste der Schlaf, denn der Mensch mag noch so betrübt und ermattet sein. Wenn er schläft, weiß er von nichts. Und manchmal findet er im Schlaf sogar Trost. Das Reichste aber ist die Erde, aus der all unser Reichtum hervorgeht. Du hast es erraten, und deshalb bekommst du die Kuh. Aber verrate mir, wer dir die Lösung gesagt hat, denn ich weiß, dass sie nicht aus deinem Kopf stammt. Lange wollte der Häusler nichts verraten, aber als der Richter immer wieder in ihn drang, verhedderte er sich und bekannte schließlich Farbe. Nun gut, wenn deine Tochter so schlau ist soll sie morgen zu mir kommen, doch weder bei Tag noch bei Nacht, weder bekleidet noch nackt, weder gegangen noch gefahren. Das war für den Häusler wieder eine drückende Last. Liebe Manka, sagte er, als er nach Hause kam, du hast das Rätsel richtig gelöst, aber der Richter wollte nicht glauben, dass es aus meinem Kopf entsprungen ist und ich musste sagen, was ich wusste. Und nun sollst du zu ihm kommen, aber weder bei Tag noch bei Nacht, weder bekleidet noch nackt, weder gegangen noch gefahren. Lass mich nur machen, ich finde schon eine Lösung. Um zwei Uhr morgens stand Manka auf, nahm einen schütteren Sack, streifte ihn über, zog über ein Bein einen Strumpf, an den anderen bloßen Fuß einen Schuh. Und als es auf die dritte Stunde ging, also zwischen Tag und Nacht war, setzte sie sich auf eine Ziege und gelangte halbgehend, halbreitend in die Stadt. Der Richter schaute aus dem Fenster und erwartete bereits das schlaue Mädchen aus den Bergen. Als er sah, wie gut sie die Aufgabe erfüllt hatte, ging er ihr entgegen und sagte, jetzt sehe ich, dass du ein gewitztes Mädchen bist und wenn du willst, nehme ich dich zur Frau. Warum nicht? Ich bin es zufrieden. Er widerte Manka und maß den Richter von Kopf bis Fuß. Der Bräutigam fasste seine schöne Braut am Arm und führte sie ins Haus. Dann schickte er nach ihrem Vater und nach einem Schneider und ließ für seine künftige Frau ein Kleid nähen. Am Tag vor der Hochzeit sagte der Richter zu seiner Braut, sie solle sich nie in seine Angelegenheiten einmischen, in keinem Urteilsspruch und auch in nichts anderes, sonst schicke er sie unverzüglich zu ihrem Vater zurück. Ich will alles tun, wie du es willst, erwiderte Manka. Am nächsten Morgen fand die Hochzeit statt und Manka wurde eine große Dame. Sie liebte ihren Mann, schickte sich gut in alles und war zu jedermann freundlich. Dafür genoss sie auch allgemein großes Ansehen. Einmal kamen zum Richter zwei Bauern. Der eine besaß einen Hengst, der andere eine Stute. Beide Pferde aber hielten sie gemeinsam. Als die Stute ein Füllen warf und sand die Frage, wem es gehöre. Der Bauer, dem der Hengst gehörte, behauptete, das Füllen gehöre rechtens ihm. Der Bauer aber, der die Stute besaß, wies nach, dass er auf das Füllen ein noch größeres Anrecht habe. So stritten sie miteinander und brachten ihre Sache schließlich vor den Richter. Der Bauer, dem der Hengst gehörte, war sehr reich. Er zog den Richter beiseite und gab ihm ein gutes Wort. So wurde das Füllen dem Hengst zugesprochen. Manka hatte im Nebenzimmer alles mit angehört. Das ungerechte Urteil ihres Mannes wollte ihr nicht gefallen. Als der ärmere Bauer herauskam, winkte sie ihn zu sich und sagte zu ihm, Warum habt ihr euch so übers Ohr hauen lassen? Wer hat je gehört, dass ein Hengst ein Füllen hat? Nun, ich bin zwar überzeugt, dass mir ein großes Unrecht widerfahren ist, aber wenn der gnädige Herr so entschieden hat, was kann ich dagegen tun? Ich glaube euch ja, aber hört gut zu, was ich euch sage, allerdings unter der Bedingung, dass niemand erfährt, wer euch diesen Rat gegeben hat. Nehmt morgen um die Mittagsstunde ein Netz, steigt auf den Bergs Garmann in der Nähe von Taus und tut als wolltet ihr Fische fangen. Mein Mann kommt um diese Zeit mit einigen Herren dort vorbei. Wenn die euch sehen, werden sie fragen, was ihr da macht und ihr antwortet, wenn Hengste Füllen haben können, ist es auch möglich, dass auf einem Berg Fische wachsen. Der Bauer dankte der Frau und versprach, ihren Rat zu befolgen. Am nächsten Tag ging der Richter mit einigen Herren auf die Jagd. Da sahen sie schon von Weitem auf den Skarmann einen Bauern ein Netz auswerfen. Alle lachten und als sie auf den Gipfel kamen, fragten sie den Bauern, was er hier tue. Ich fange Fische, erwiderte der Bauer. Du na, schrien der Richter an. Wer hat je gehört, dass man auf einem Berg Fische fangen kann? Wenn Hengste Füllen haben können, ist es auch möglich, dass auf einem Berg Fische wachsen. Da wurde der Richter putterrot im Gesicht, rief den Bauern zu sich, zog ihn beiseite und sagte, das Füllen gehört dir, aber zuvor sagt mir, wer dir diesen Rat gegeben hat. Der Bauer leugnete, was er konnte, aber schließlich verriet er die Frau des Richters doch. Gegen Abend kam der Richter nach Hause und schenkte seiner Frau keinen Blick. Lange ging er im Zimmer auf und ab, sagte kein Wort und beantwortete keine Frage. Die Frau merkte gleich, was in seinem Kopf rummorte, doch sie wartete geduldig ab, zu welchem Ende die Sache komme. Nach geraumer Weile blieb ihr Mann mit düsterer Miene vor ihr stehen und fragte, Weißt du noch, was ich dir vor unserer Hochzeit gesagt habe? Gewiss, ich weiß es. Warum hast du dann dem Bauern einen Rat gegeben? Weil ich keine Ungerechtigkeit ertragen kann. Der arme Bauer wurde betrogen. Ob betrogen oder nicht, dich geht das nichts an. Nun kehre dorthin zurück, von wo du gekommen bist. Damit du aber nicht sagst, ich hätte auch dich ungerecht behandelt, erlaube ich dir, von hier mitzunehmen, was dir das Liebste ist. Ich danke dir, lieber Mann, für deine Güter. Und wenn es denn nichts anderes sein kann, gehorche ich. Aber gestatte, dass ich noch ein letztes Mal mit dir zu Abend esse, und zwar so fröhlich, als wäre nichts zwischen uns vorgefallen. Dann lief sie in die Küche, ließ ein gutes Abendessen bereiten und den besten Wein auftragen. Als die Speisen auf den Tisch standen, nahmen beide Platz, aßen, tranken und unterhielten sich wie bei einem Fest. Die Frau trank ihrem Mann immer zu und als sie merkte, dass er ein wenig angeheitert war, befahl sie dem Diener ihr noch ein volles Glas Wein zu reichen. Lieber Mann, trink zum Abschied dieses Glas Wein auf meine Gesundheit. Sobald du das getan hast, gehe ich nach Hause. Der Richter nahm das Glas und trank es auf einen Zug aus. Er war kaum noch Herr seiner Zunge. Nach einer Weile wurde sein Kopf schwer und er schlief tief und fest ein. Die Herrin verschloss alles und die Diener brachten ihren Herrn zu Bett. Dann nahmen sie insamt dem Bett auf die Schultern und folgten ihrer Herrin. Der Häusler schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als er spät in der Nacht den sonderbaren Zug auf seiner Hütte zukommen sah. Doch als ihm seine Tochter alles erklärte, war er damit einverstanden. Die Sonne stand schon recht hoch am Himmel, als der Richter erwachte. Er schaute sich verwundert um, rieb sich die Augen, konnte sich aber nicht erinnern, was mit ihm geschehen war. Da trat seine Frau in die Stube. Sie trug einen einfachen, aber sauberen ländlichen Rock und auf dem Kopf eine schwarze Haupe. »Du bist noch da?« fragte er sie. »Warum sollte ich nicht da sein? Ich bin doch hier zu Hause. Und was mache ich hier? Hast du mir denn nicht erlaubt, mitzunehmen, was mir das Liebste ist? Du bist mir das Liebste, also habe ich dich mitgenommen.« Da musste der Richter lachen und er sagte, »Es sei dir verziehen. Aber nun sehe ich klar, dass du klüger bist als ich. Deshalb wirst du von nun anrichten und nicht ich.« Die Frau des Richters war zufrieden. Von diesem Tage an sprach sie recht und alles war gut. Untertitelung des ZDF,